Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Woods. Ich habe ein bisschen Anne-Henmods rumgespielt, beziehungsweise haben wir jetzt neue. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier so komisch zittere. Ich würde sagen wir gehen jetzt mal schlafen und sie ist oben im Inventar und oben auch. Wir haben jetzt hier eine Minimap und unsere Items, wenn wir sterben, verschwinden wir jetzt, verschwinden jetzt auch nicht mehr. Ich habe jetzt einen Karp-Stamm-Mod drin, also den proben wir dann noch abbauen und dann, naja. Ich habe ein paar Mods hinzugefügt, vielleicht sieht man es hier irgendwo schon oder auch nicht. Also wir haben auf jeden Fall eine zusätzliche Möbel-Mod drin. Wir haben die Block-Link-Mod drin, Minimap und jetzt auch hier die gute Morph-Mod. Ich dachte, das könnte ein bisschen cool sein und auch die NPC-Mod. Ich gehe mal kurz nur ein bisschen weg, weil ich kenne mich, ich komme mit dem Kristall nicht ganz klar. Da stelle ich mir auf etwas Falsches und dann ist ein Haus gespawnt. Ich gehe mal gerade hier rein. So, ich bin Main. Confirm. Ich lebe allein. Ganze. Boah, jetzt hat er es falsch gemacht, ne? Ganze sollte ich nicht ficken. Nein, nein. Nein. Hab ich das jetzt richtig gemacht? Entschuldigung, ja. File. Ich weiß jetzt nicht, wer es kennt. Ich hatte ja mal ein anderes Projekt, was Minecraft Stargate hieß. Und da hatten wir auch die Mod drinnen und dann habe ich da was Falsches angeklickt und dann hatten wir auf einmal ein Haus da stehen. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und jetzt haben wir da hinten einen Punkt. Mal gucken, was da ist. Warte mal. Aber jetzt können wir ja... Wir brauchen auf jeden Fall mal was zu essen. Und übrigens, falls man euch wundert, warum das immer noch so wenig ist, ich nehme das jetzt vor dem Livestream auf. Also bei mir ist gerade Montag der 12. Hälfte. Ähm, wenn ihr das seht, war es schon ein Livestream. Der ist am, ja, Mittwoch. Der hat 14. 16. Ähm, und da haben wir ein bisschen Hausbau betrieben hier. Nur ich nehme das jetzt halt noch vorher auf. War eigentlich ein Tag, nachdem ich die anderen aufgenommen habe. Ja, und dabei sind noch nicht mal die ersten Folgen online. So. Ähm, es ist nicht... Warte mal, muss ich kurz in die Steuerung gucken. Ähm... Galaktienkraft... Rutzack... Ja, wir haben auch noch einen Rutzack-Markt drin, ne? Ja, wo das auch nicht funktioniert, können wir Punkt nehmen, ja. Twitch streamen, das brauchen wir nicht. Ähm... Neuer Wegpunkt, dann machen wir hier, setze ich mal auf Komma. Das soll, glaub ich, Usern, ne? Auch nicht. Neuer Wegpunkt... Und den nenne ich... Zu... Hause. Jetzt haben wir das hier. Aber was ist denn... Der andere Stahl da hinten? Guck mal, jetzt kann ich auch mal gerade... So, da bin ich wieder. Ähm, irgendwas stimmt mit der Morph-Mod nicht. Ähm, also ich hab... Ich hab ja gerade das Huhn umgebracht. In der Tat! Dann bin ich auf der Welt geflogen. Dann bin ich wieder reingegangen. Äh, ging dann auch wieder. Und dann wollte ich mich in das Huhn verwandeln. Und zum Spiel wieder abgestürzt. Also immer stimmt mit der Morph-Mod hier, ne? Ich weiß nicht, wohin das liegt. Aber... Ich hab die jetzt erstmal rausgeschmissen. Werde ich mal gucken, ob ich das rausfinde, wohin das liegt. Und dass ich das... Ich hab die nächstes Mal bebe. Weil ich würd schon gerne mit der Morph-Mod spielen. Ich mag die eigentlich. So, was haben wir hier? Ach, kann das sein, dass wir hier gestorben sind? Sind da unsere anderen Items dran? Ja, lol. Wir haben unsere Items aus der ersten Folge wieder. Cool. Äh, das brauch ich jetzt nicht unbedingt. Die fackeln nämlich gerne mit. Die touren nämlich mit. Äh, komm. Jetzt haben wir noch eine Werbung. Noch mal Wolle. So, dann baue ich den ab. Okay. So. So, das war in die Richtung. Das brauch ich nicht. Ah yeah, ja. Ja, das ist schon schade. Ich mein, im einen kann man denken, Morph-Mod ist vielleicht auch ein bisschen cheaten. Wenn man sich da ja vielleicht in Sachen verwandeln kann. Äh, wo man fliegen kann. Aber ich finde die eigentlich voll in Ordnung. Okay. Falls jemand weiß, woran das äh, liegt. Kann man gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber wahrscheinlich... Äh, hab ich das proben, wenn das hier online kommt. Ich weiß es nicht. Aber sonst könnte ich trotzdem mal gerne in die Kommentare schreiben. So. Dann teile ich das hier auf. Die kann, das kann da rein. Und der Rest kann da rein. Okay, die andere Truhe. Reizig einfach mal da. Geht das nicht? Ja, okay. in der 1 10 gehen das wohl noch nicht die wolle tue ich reinge natürlich da auch mal rein wir können ja auch mit rein schwimmflossen rein gummistiefel kann ich weiß auch noch gleich wie ich das oder überhaupt ein richtiges und dann ist das ja jetzt auch unnötig das können wir weg machen weil wir jetzt mit w-punkten haben okay wir bräuchten deutlich mehr zu essen irgendwie vielleicht pack ich auch noch ein creatures mod rein damit wir noch mehr tiere haben ne huhn okay ich brauch gar nicht mehr auf die aufnahmezeit gucken weil ich ja nicht weiß wie viel nachher raus geschnitten wird durch den platz den hab ich ja völlig raus geschnitten wahrscheinlich oh das kann ein bomben so schlafen wollte ich gar nicht dann müsste vielleicht mal ein dorf so nicht viel vital kartoffeln haben und was ich gerne hätte wäre mal reingehen das kann man hier mit dem holz machen und dann einmal nicht ob das falsch rum sagt man einfach nicht vernünftige und dann kommen dann überraschungen reingehen das ist jetzt ein sauntor nur mit steckern ok es ist wahrscheinlich schon zu viel und dann zack zwei, drei mach ich auch mal auf fünf gehen wir nach oben ah, ich muss mal schlafen gehen so und dann würde ich gerne hier eins zwei drei so eins zwei eins zwei also hier drauf so so und dann da schon und dann und das bis hier hin so zack zack bombweg ja, passt zack ich hab nichts blöd zum bauen zack und zack zack so nahm hier so ein kleines dach drüber so ist eigentlich egal und dann würde ich vielleicht dass ich auch noch mal austauschen und hier dann auch holz machen kann das binden ja so und dann so und sie das nachher so aus ich weiß nicht warum ich das Projekt nicht schon früh gemacht habe also gleich wird es nicht für den leifenden Wurz aber ich habe jetzt auch nicht nur leifende Mutz drin ich habe ja noch mehr Mutz drin aber das Projekt macht viel Spaß so wieder fünf mal kommt das reicht aber wahrscheinlich nicht oder vielleicht auch so dann haben wir jetzt hier so ein kleines dach kann das sein dass es hier irgendwie was mit Kälte oder auch was gibt oder warum machen wir so eine Zitteranimation ich weiß es nicht okay jetzt ist es natürlich dunkler hier drin das ist klar dann läuft man mal ein bisschen mehr aus so okay die können erstmal da mit rein die tue ich auch da mit rein so und dann würde ich auch sagen war es das mit dieser Folge ich würde sagen bis dann und tschüss bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.